Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuss und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften. Jetzt ist der Platz da. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Sie haben noch genug Möglichkeiten, sich zu steigern, aber nicht drin. Klasse vom Torwart. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da ärgern Sie sich. Ballverlust. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das eine gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So wie zuletzt mit seinem Doppelpacken. Ja, könnte was werden. Den hat er super gehalten. Die Ecke kommt. Der Torhüter kommt nicht ran, aber die Latte rettet. Der Torhüter kommt nicht ran, aber der Torhüter kommt nicht ran, aber der Torhüter kommt nicht ran. Erklären. Könnte jetzt was werden. Er holt den Ball hier ganz stark. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Haus. Macht er gut. Jetzt die Chance. Was für eine Rettungstat. Gehalten. So, Ecke kommt. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Gefährlich. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, schöne Aktion. Gut dazwischen gegangen. Sie spielen den Ball zurück zum Keeper. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Viel Platz jetzt auf außen. Den Ball hat die Abwehr. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das macht er draus. Noch ist die Chance da. Und er trifft nicht. Da verlieren sie den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Kann er was draus machen. Da haben sie jetzt den Ball. Da zieht er ab. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Sieht gefährlich aus. Könnte die Führung werden. Das war einfach für den Torwart. Viel mit Auge. Und das war knapp, aber es war abseits. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. So, die Chance jetzt. Das Tor. Unglaublich. Der krasse Außenseiter hat hier erstmal die Nase vorn. Der Keeper hat ihn fast, aber er hat ihn nur fast. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das könnte die Chance werden. Er versucht es. Der Pass stark gemacht. Da schenken sie die Führung gleich wieder her. Das ist bitter. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Gute Aktion. Gefährlich. Guter Vorstoß da jetzt. Hereingabe. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Sie holen sich den Ball besitzen. Macht er gut. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er versucht es mit dem Korb, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sebastian Schimanski. Super Pass. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Das ist jetzt seine Chance. Fällt das Tor noch? Kann er was draus machen? Ganz energisch. Ganz hartes Einsteigen. Könnte Platzverweis geben. Gedrotzt. Keine Diskussion. Das ist ein Platzverweis. Nach 45 Minuten steht es hier 1 zu 1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Der Anschluss ist erfolgt. Und die zweite Hälfte läuft. Und die Flanke. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Was macht er draus? Er hat es etwas werden können. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Da schießt er. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Vorne der Ballgewinn. Niemand kommt an den Ball. Da sehen wir es. Immer wieder tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Rafael Varane ist zu Manchester City gewechselt und verlässt. Real Madrid. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten würden froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Frühe Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Gut gemacht. Dem Ball hat er Torwart sicher. Das gibt einen Wurf. Jetzt erleben wir den Wechsel. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Jetzt der Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er passt ihn auf den Flügel. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah, tickt zu weit. Ah, kein guter Abschlag, was können sie jetzt draus machen? Mikael Madron. Kein guter Abschluss hier. Sie kommen jetzt über außen. Gute Aktion. Da ist die Chance für die Flanke. Der Torwart forstet den Ball weg. Klasse. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hat jetzt Anspielstation. Sie verlieren den Ball. Ja, da wissen sie nicht mehr, wohin mit dem Ball. Ein Wurf. Ein Wurf. Und das könnte gefährlich werden. Kann er was draus machen. Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Guter Pass. Da müssen Sie aufpassen. Ist es das? Und da zeigt er seine ganze Klasse. Kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimed diese Aktion. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da ist die Chance. Der Abschluss war einfach nicht gut genug. So langsam wird es gefährlich. Vostoev. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Da gewinnt er den Zweikampf. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Ja, könnte was werden. Tolles Zuspiel. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Ballverlust. Was macht er draus? Klasse Zuspiel. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sie haben Platz. Sieht gefährlich aus. Gut durchgesetzt. Gefährlich. So, die Chance jetzt. Jetzt doch noch die Führung. Das Ding war für mich eigentlich schon durch. Aber das zeichnet gute Teams eben aus. Konsequent bis zum Ende. 2-1. Hier ist noch alles drin. Klasse Pass. Michael Wattung. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Er schießt. Schade. Der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen Sie weitermachen. Jetzt müssen Sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Da verlieren Sie den Ball. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter Ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt noch mal einen Schwung. Neu in den Lahn für die Schlussphase. Der Ballverlust. Gute Aktion. Gefährlich. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Gut und fair das Tackling. Ganz energisch. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Flach kommt der Ball. Er passt da auf und hat den Ball. Zwei Minuten werden nachgespielt. Schönes Zuspiel hier. Klasse! Unglaublich! Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Aus, Tor bei. Das Spiel ist zu Ende. Trotz Unterzahl gewinnen Sie dieses Spiel. Donnerwetter. Sehr, sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Respekt! Aus, Tor bei. Schnau und Cari. Die Flanke Robe. Die Schwanz. Der Ball, das ist der Fall. Die Flanke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020